Moin Leute und Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Wie viele Folgen ist es? Die sechste Folge von FUIDA! Boah! Ich dachte ja schnell. Eben noch die Lederausrüstung. Und ja. Und ich werde dann das Wort Farmen gehen. Ich mache mir hier eben so einen Spawnpoint, Telepark. Aus hier. In meinen Haus. In mein Haus. In mein Haus! Okay. So. In unserer Basis. Und ich suche jetzt eine Höhne. Ach, Moment, ich muss mir irgendwann den Tag aussortieren. Hey, Edgar. Ich hole noch Holz hier. Hier mal eine Webbank schmeckt. Ich hoffe noch schön, verdammt. So. Ich mache jetzt eine Höhne, weil ich bessere Hustung brauche und jemanden finden will. Das brauche ich nur, nur fackeln. Ich nehme nichts mit, außer... Hier haben wir noch mehr Sticks. So. 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 Ich glaube, ich bin noch nicht bereit. So. 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 Okay. So. 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 Prozent oder ja natürlich bei ihm in das Verhalten das Land betrotten St mich nicht in der Kirche mehr als Nürnberg ich habe mich verstanden Doch noch? Ich guck mal. Hier ist mir leule. Aber da auch. Was ist das? Ich glaube, es ist Eisen. Nee, Kies. Erstmal schon wieder da hin. So, auf jeden Fall gehen wir mal hier runter. Und hier sein. Ich mach es so, damit ich... Hier ist nichts. Dann raus. Oh, was ist das denn? Warte mal. Was ist das? Eisenherz. Sehr gut. Das Eisenherz. Hier ist die Whidstone. Aber ist es nicht. Okay. Schaut. Also hier war nichts. Das noch mal wieder. Da auch. Ich geh da auch rein. Ich stemme jeden Mob. Ich stemme jede Gefahr. Alles. Und hier ist tatsächlich nichts. Und hier ist tatsächlich nichts. Ein bisschen Kohle. Wollen wir mit? weiter geht's. Weiter geht's. Hier haben wir schon mal Eisen. Noch mehr. Ja. So. Oh, da liegt ja noch mehr. Alter, wie viel Eisen hier schon ist. Wie geil, ey. Okay. Okay. Wie ist das denn? Acht Eisen. Nice. So. Ähm. Was ist da? Kohle auf jeden Fall. Okay. So. So. wie viel kohle hier ist, ist der Hammer wirklich, dann würde ich nicht rumfliegen, außer wenn es nötig ist also war Labepasta erstmal und so, aber ja wenn das außerdem passiert, dann ist es nicht so schön Alter, wann ihr seht, brauche ich denn mal Hilfe ja gut, ich behalte ihn mal Juret hier ist nichts mehr, glaube ich äh, wir sind bei uns auch weg ich bin jetzt soweit, um so weit zu gehen das ist bestimmt was soll ich rodo rein sammeln? Nein oh, Eisen, 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 Eisen wiesensammig hier ist nix hier ist so eine Höhne an dem Kopf so eine Höhne, wo man dies findet dies, ich brauche sie ja, ich brauche sie ja, ich brauche sie ja, ich brauche sie hier ist weiter die Zeisspitzsacke die darf ich nicht so oft verwenden ich brauche sie ich brauche sie ah, schädig ich mir dann so ich brauche sie so eine Höhne was hat man so ein bisschen ich brauche sie ich hab nur gefunden das ist gut auch so Eisen, Eisen, Eisen ich brauche bestimmt eine Eisen-Spitzsacke er ich brauche es hier ist die haben auch dann mache ich oder? soll ich die 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 ja gut, ein Dias wird es stärker ja ok war wieder nix ist klar hier unten habe ich eine Löwe auf jeden Fall ist die lang glaube ich oh, ich höre schon Skelette das wird schon gefährlich hm ne ich hab moment 18 Eisen oh, oh, das? ja, ok, das ist eine richtige Hülle ich falle erstmal nach oben ich überleg mir später wo ich lang gehe ok, ich geh jetzt erst nach oben mal unten in Dias hier oben kann ich nur noch Eisen zahlen ja, ich geh da oben ah, wusste ich doch hier zu Eisen gut, da kommt gut, da kommt ach, so weiter geht jetzt ja, muss man da schreiben, warum ich Edgar getötet habe weil er ja, äh, äh, jetzt auch weil er voll Leben hat abends heute so oh hier ist auch noch Eisen hier ist auch noch Eisen ok, die Menge sogar hier ist noch was hier ist noch was? oh, da alter Schwede hallo Mr. Beeper ach du Schuss warte, meine Änderung ey dann ist es richtig schlimm ey oh, ich werde selten noch zu hinten gehen das ist schon richtig gefährlich was ist hier los? was ist hier los, ey wieso du bist ja richtig aggressiv obwohl ich auf Leid gestört habe was zum Teufel ich bin echt der Monsterkiller ist wegen ihr habt ein bisschen Mitleid mit mir Dankeschön hier ist noch mein Eisen so, ich mach mir gleich eine Eisenrüstung , dann wie verhalten habe ich? ja wir streuen bis zum nächsten Mal unsche- Untertitelung des ZDF, 2020